Fast jeder von uns hat sich schon mal die Frage gestellt, ob wir alleine sind im Universum. Und wenn man die neuesten Bilder von der Mars-Sonde sieht, die die NASA veröffentlicht hat, dann könnte sich diese Frage nun endlich klären. Die Wissenschaftler sind sich alle ziemlich einig, dass es natürlich entstanden ist. Aber wenn wir einmal die Pyramiden von Gizeh darüber legen, dann muss ich einfach sagen, es ist zu perfekt. Und da habe ich mir es einmal ein bisschen genauer angesehen. Und zwar, wenn man näher heran sucht, das Bild ist ja Gott sei Dank ziemlich scharf, ich könnte erst, dass es so weit entfernt ist, dann zoomen wir jetzt ein bisschen ran und dann glaube ich nämlich einen Beweis gefunden zu haben, der bestätigt, dass Leben auf dem Mars existiert hat. Gucken wir es uns mal an.